Ja, wir haben ja alle leiteten Teamstalloren Willkommen als Werk bei Final Fantasy Season Remake Na, machen wir mal weiter Weiß ich glaub keine Haben wir alles erledigt? Wenn wir hier rüber geklettert sind Kommen wir so schnell nicht wieder zurück Ja, wir machen ja Dreh ruhig nochmal eine Runde durch die Slums Damit du nicht vergisst wofür Shinra büßen muss Wollen wir wirklich los? Ja Ganz schön hoch Erfreut Ja Na, immerhin etwas Eris Braucht uns Zeigen wir dem Teil wer der Bass ist Los Ja Na dann Jetzt geht's diesen miesen Umweltsündern an den Kraken Wir holen diese Eris da raus Und dann nichts wie weg Los Nein, schnell mal Aber da geht nichts Er kann jeden Moment alles einstürzen, Leute Wo ist mein Papa? Ich hab Angst Brauchst du nichts zu haben? Erst sicher bald zurück Bist du verletzt? Oh Ganz toll Oh Verdammt Nicht schon wieder Womit haben wir das verdient? Oh Nein Der Bereich hinter mir ist lebensgefährlich Wir müssen da aber rein Ihr werdet das bereuen Wir können auf uns aufpassen Seid auf der Hut Indisch Und Ich bin und Ich bin ich bin und Ich bin nicht Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's dann. Das war's dann. Da müssen wir rauf, oder? Wenn da was einstürzt, dann können uns die anderen später vom Boden kratzen. War klar, dass es nicht einfach wird. Ja. Ein Ausflut wird das mit Sicherheit nicht. Ende Gelände. Ob das Seil von einem Rettungstrupp ist? Vielleicht kommt man hier irgendwo hoch. Zeit für unsere Seilpistolen. Zielt auf die Stelle, wo das Seil runterhängt. Fallt bloß nicht runter, hört ihr? Ich verrate euch mal was. Für die Seile braucht man Fingerspitzengefühl, okay? Sobald wir aufgebrochen sind, gibt's kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Was steht das? Trinkt ihr vielleicht irgendwo ein Seil rum? Na, dann hast du wieder gemacht. Wunderbar. Das läuft ja wie am Schnürchen. Wir sind nicht zum Kämpfen hier. Ich weiß nicht. Erstmal wird Aris gerettet. Schon klar. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist da los? Was ist da los? Na, nein. Nun antwortet schon. Funk. Alles in Ordnung. Nur ein paar Viecher. Haben sie erledigt. Und das alles nur wegen dieser Feiglinge von Avalanche. Die zittern bestimmt in irgendeinem Loch. Findet sie und werft sie den Tieren zum Fraß vor. Träum weiter! Als würden wir abhauen oder uns verstecken. Du wirst schon auch sehen, wer hier im Futtern abendet. Abgebrochen. Aber... Du wirst schon... Du solltest... Fuck. 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 Hakt eure Seite da oben fest. Wir nehmen die Flugroute. Dein Versuch ist es wert. Oh. Was so? Seid ihr? Von Avalanche? Wir haben sie. Wir benötigen Verstärkung. Haben einen ziemlich effektvollen Auftritt hingelegt. Was ist das? Was ist das bei hinten? Ja, das ist ein Schuss. Scheiße. Scheiße. Ich hab sie! Umzingeln! Jetzt geh ich alles. Jetzt bin ich Schlagnach. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie tun. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Okay. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. 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 Keine Chance. Keine Chance. Okay. 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 각 essentially told you Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist denn alles? Ja, das heißt, wie er hier ist. Das war so ein bisschen. Oh, hallo. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe. Oh my god Ich bekomme nichts gemacht, das ist eben nicht allo schnell noch. Ja, so nicht dann. Zappel, bleibt. Peace aus, danke. Ciao.